Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Serie an Videos über Elektrotechnik und zwar über Transformatoren. Eine elektrische Maschine, wo sie nichts dreht. Schaut euch, fahrt aus voraus. Transformatoren wird das Thema sein. Ein Transformator hat prinzipiell eine Premium- und eine Sekundärseite, wie die jetzt genau ausgestaltet ist, mit dem beschäftigen wir uns im Folgenden. Also da gibt es einen Transformator, der hat da herum eine Spule, auf der einen Seite, und da auf der anderen Seite gibt es ebenfalls eine Spule. Und diese zwei Spulen sind magnetisch gekoppelt. Andere Spule bezeichnen wir immer so mit einem Punkt. Das hier ist die Primärseite, heißt die. Und das ist die Sekundärseite. Okay, Primär und Sekundärseite. Und dazwischen gibt es halt irgendein Übertragungsverhältnis. Also irgendwelche Sachen übertragen sich da. Natürlich geht es um elektrische Größen. Irgendwelche elektrische Größen übertragen sich von hier auf hier. Die elektrische Größe, die sich am besten überträgt, ist die Spannung. Also da gibt es eine Eingangsspannung, da gibt es eine Ausgangsspannung. Die sind... Ah. Zeitabhängig. Das ist ein Transformator. Das Ding da, das in der Mitte da, heißt Transformator. Trafo. Okay. Ein Trafo. Transformator. Nun, es gibt verschiedenste Ausprägungen von Transformatoren, weil es eben verschiedenste Gründe gibt, warum man ein Signal auf ein anderes irgendwie übertragen sollte. Und zwar gibt es da, gibt es da mal sogenannte Wandler. Okay. Eine Bauart von so Transformatoren ist Wandler. Das hat messtechnische Gründe. Aufgabe ist das Wandeln von Signalen zu messen. Okay. Dann gibt es zum Beispiel Spannungswandler. Ich meine, Hochspannungsleitung, 380 Kilowolt. Geht man nicht hin mit dem Messgerät. Ne? Okay. Da gibt es eben Spannungswandler, die wandeln, da hat diese große Spannung immer auf eine messbare, kleine Spannung, eine gefahrlos messbare, kleine Spannung. Gibt es Stromwandler, die wandeln, haben einen großen Strom auf einen Messstrom oder auf eine Spannung um? Gibt es verschiedenste Sachen. Ein Stromwandler darfst du nicht offen haben, weil sonst geht es zu. Wandler. Also Wandler haben die Aufgabe, eine Größe auf eine andere zu transformieren, dass sie leichter messbar ist. Zum Beispiel Hochspannung auf ein leichter messbare Größenordnung. Anforderungen der Wandler sind zum Beispiel nur linear, sollten sie sein. Also die Übersetzung sollte möglichst linear basieren. Ja. Wandler. Eine Ausprägung von Transformatoren. Eine andere Ausprägung von Transformatoren, sind sogenannte Übertrager. Übertrager, die haben einen anderen Hauptzweck, mit denen will man nicht messen, mit denen will man Information übertragen. Also die Aufgabe ist das, weiterleiten, Aufgabe ist das Übertragen von Information. Also, zum Beispiel, eine Freileitung kommt da rein und dann gibt es einen Übertrager und der übertragt das ins lokale Netz. Eben, um zum Beispiel galvanisch zu trennen. Draußen schlägt ein Blitz ein, Telefonleitung, puff, bei mir soll das Telefon nicht unbedingt Ohrraugen. Übertrager sind eben zum Beispiel für galvanische Trennung zur Impedanzanpassung und so weiter. Gibt es Nachrichten, technische Gründe, warum der Übertrager eingebaut ist. Ich sage jetzt einfach zum Beispiel galvanische Trennung. Von Leitung und Information. Informationsverarbeitung. Okay. Das wäre zum Beispiel eine Aufgabe von so Übertragern. Und dann gibt es Leistungstransformatoren. Deren Aufgabe ist es, Leistung auf das notwendige Niveau zu bringen. Leistung soll übertragen werden, aber die Aufgabe ist eben bei der Energie, zum Beispiel der Energietransport. Es gibt eben Hochspannungsleitungen, die sind deswegen da, dass eben bei der gleichen Leistungstransport große Leistung ist ja Strom mal Spannung. Wenn ich viel Strom habe, also wenn ich viel Spannung habe, brauche ich wenig Strom übertragen. So ist es. Und dann kann ich eine dünnere Leitung verwenden. Deswegen gibt es Hochspannungsnetze. Wenn ich die Hochspannung da bis in die Steckdose bringe, na, hola, 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 geht es zu. Dazwischen müssen wir die Leistung irgendwie transformieren. So auf ein Spannungsniveau wieder bringen, das ungefährlich ist in der Steckdose. Relativ ungefährlich ist in der Steckdose. Und, ja. Also die Aufgabe von Leistungsanstoren ist zum Beispiel der Energietransport. Energietransport, Umsetzung zwischen verschiedenen Spannungsniveaus. Das ist die Aufgabe von Leistungstransformatoren. Das ist halt die Energie. Wandler, den zu messen, der braucht nicht wirklich Energie übertragen. Der Leistungstrafer, der schiebt drüber. Also das ist praktisch die Transmissionswelle, wenn man es so haben will, irgendwie. Im Folgenden werden wir uns mit Leistungstransformatoren beschäftigen. Wandler und Übertrager erfüllen auch Bände. Wir müssen uns einen herausbiegen. Leistungstransformator ist der, den wir uns näher ansehen wollen. Also im nächsten Video sprechen wir dann über den Aufbau von solchen Leistungstransformatoren. Wie schauen die aus? Ich meine, dass es primär eine sekundäre Seite gibt, habe ich jetzt schon gesagt. Aber wie es dazwischen ist und so weiter, wie das aussieht, das werden wir uns im nächsten Video genauer ansehen. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.